Die Unsicherheit an den Kapitalmärkten ist gestiegen, die Investoren haben zunehmend weniger Vertrauen. Gleichzeitig steigt die Frage nach risikokontrollierten Vermögensverwaltungsansätzen. Ein guter Zeitpunkt, die aktuelle Situation kurz zu beleuchten und vor allem auch auf die Fehler einzugehen, die Investoren nun machen können. Zunächst schauen wir auf die Darstellung, die die globale Unsicherheit versucht zu messen. Sie können das hier sehen, in dunkelblau sehen wir dargestellt einen Unsicherheitsindex, Sie sehen der massiv nach oben gestiegen. Auf der anderen Seite, dargestellt an der linken Skala, sehen wir einen Index, der das Vertrauen von professionellen Investoren misst. Und Sie können sehen, die Unsicherheit ist massiv nach oben gegangen, gleichzeitig das Investorenvertrauen massiv gesunken. Nun könnte man natürlich überlegen, man schaut gleichzeitig auf die Kapitalmarktpreise und sagt, okay, wenn das Investorenvertrauen fällt und die Unsicherheit steigt, gleichzeitig die Kurse nachgeben, dann könnte das doch eine Idee sein, hier entsprechend seine Position abzubauen. Also den Anteil an wachstumsorientierten, sogenannten Risky Assets Vermögensklassen nach unten zu nehmen. Wenn wir uns also nun die Frage stellen, ob man aufgrund einer Stimmung verkaufen sollte, dann hilft natürlich auch der Blick auf die jüngsten Kapitalmarktbewegungen. Und ich habe Ihnen dies auch mal mitgebracht, Sie können das anhand der Grafik nachvollziehen. Der blaue Balken, der zeigt die Entwicklung für die vergangenen zwölf Monate, der graue Balken zeigt die Entwicklung seit Jahresbeginn. Und Sie können sehen, dass die Entwicklung auf Sicht der letzten zwölf Monate in allen relevanten Vermögensklassen negativ war, ob es globale Aktien waren, wie Sie hier dargestellt sehen, anhand des MSCI World, ob es die Aktien aus Schwellenländern waren, wie der MSCI Merchant Markets, oder auch beispielsweise die Rohstoffe, überall die Entwicklung auf Sicht von zwölf Monaten negativ. Und das eben auch die schlechte Stimmung, die man per Ende des Jahres 2018 sehr gut feststellen konnte. Und auf der anderen Seite sehen wir, obwohl die Stimmung immer noch schlecht war und viele Investoren überhaupt erst realisiert haben, wie stark die Kurse in 2018 unter Druck waren, sehen Sie, 2019 hat sich das Bild komplett geändert. Per Ende Januar sehen wir entsprechende Kurszuwächse bei den Indizes. Und das bedeutet natürlich auch, dass Anleger, die aufgrund der schlechten Stimmung Positionen reduziert haben, dass die natürlich auch nur etwas geringer am Anstieg partizipiert haben. Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Und Timing ist natürlich ein sehr schwieriger Aspekt. Und man ist natürlich auch dazu geneigt, das auf die professionelle Ebene zu verlagern. Teilweise ist das auch vorgeschrieben in Produkten, vielleicht bei der betrieblichen Altersvorsorge oder auch bei Riester-Sparplänen, respektive Riester-Versicherungen. Und deswegen habe ich Ihnen auch hier mal das konkret dargestellt für verbreitete Risikomanagement-Ansätze, also von Fonds, die in Summe einige Milliarden verwalten. Und was Sie hier sehen können, ist in diesem schicken Pink, das ist der globale Aktienmarkt, anhand eines investierbaren Indexfonds dargestellt. Und dann sehen Sie verschiedene Risikomanagement-Ansätze. Hier kann die Aktienquote komplett von 0 bis 100 gesteuert werden. Und auch hier haben wir Ansätze, die sich sehr flexibel darstellen können. Und Sie stellen in allen Fällen fest die risikooptimierten Ansätze. Die haben zunächst einen Teil des Kursrückgangs mitgemacht, haben dann irgendwann das Aktienportfolio fast vollständig abgesichert. Dann hat der Markt relativ schnell gedreht. Und Sie sehen, dass natürlich dann die Fonds auch nur anteilig die Entwicklung nach oben mitmachen. Das heißt, wir haben hier eine Lücke zwischen dem reinen Index, zwischen dem marktbasierten Portfolio, wo gar kein Risikomanagement besteht, also wo Sie auch ohne Absicherung deutlich zweistellige Verluste natürlich generieren können. Und eben diesen Ansätzen, die versuchen, über trendfolgende Faktoren eben das Risiko hier zu steuern. Also das ist ein Aspekt. Wir sehen, es gibt eine Lücke. Risikomanagement kostet Geld. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass die Risikomanagement-Ansätze zum Teil sehr ähnliche Ergebnisse produzieren. Das sind die beiden Fonds, die hier nah beieinander liegen. Aber es gibt auch eben eine ordentliche Differenz zwischen den unterschiedlichen Ansätzen. Sie sehen das hier, wenn wir hier die Differenz zwischen diesen beiden Linien entsprechend vergleichen. Also, es gibt durchaus Grund auch Skepsis zu haben. Wir sehen Italien in der Rezession. Wir sehen schwache Vorgaben aus China. Wir wissen alle, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA zumindest statistisch gesehen gestiegen ist. Und dementsprechend macht es durchaus Sinn, sich mit dem Thema Risikomanagement, der Verteilung des Vermögens auf verschiedene Rendite- und Risikotreiber, sich hier auch zu beschäftigen. Die Frage ist nur, ist das Ganze erledigt, indem man es auf die Produktebene delegiert oder sollte man nicht hier auf der Basis des jeweiligen Anlegers anfangen, um dann nach und nach auszuwählen, welcher Mix an Vermögensklassen mit welchen Strategien zur Mentalität des Anlegers passt. Gerne diskutieren wir diese Fragestellung auch mit Ihnen. Ich darf Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.